ja da sind wir wieder mit einer neuen aufnahme ich habe gestern gar nicht mitbekommen dass ich 24 0 setz hatte innerhalb von unter eigentlich drei minuten das ist ja auch schon eigentlich neuer rekord für mich dann noch beim aufnehmen das ist ja eigentlich der typische vorführungseffekt hat ja eigentlich nie was klappt dann nur erst mal wieder reinkommen hier noch sehr langsam unterwegs schon wieder ein und noch ein was wir da zwei alles klar er will uns knüppeln das war wohl nix dann haben wir schon vier ja das läuft 56 naja das ist gut ob der hat gesehen ich weiß jetzt ich müsste doch noch mal zeitlupe gucken einfach mal just for fun drauflos geschossen und dann kam auch schon direkt da haben wir doch schon wieder 11 0 ist jetzt 12 0 nein da hat uns ein scheiß ball erwischt egal 13 1 das läuft doch eigentlich sehr gut obwohl ich heute irgendwie sehr langsam bin sehe das video von gestern naja und selber in die luft gesprengt haben wir dann zwei stück kommt jetzt vielleicht noch nicht ja jetzt mal 17 2 18 2 19 2 irgendwie hängt da doch hier alles alles scheiße hier so langsam ist 21 2 und wieder ein ball erwischt aber den haben wir noch bekommen kann man noch zwei kielten aber mehr die dröhnung wird er gern länger aufnehmen aber irgendwie sind schon drei minuten 700 mb wofür ich dann erstmal habe schon braucht der tuch zu lernen ist auch wieder scheiße hier kommen einmal noch 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 schon 27 noch mal neu und kommt der letzte mit rpg vor drei stück und der leute das war der abschluss ja einfach mal um die ecke und dann noch mal ein triple kill nicht jetzt auch nicht mit gerechnet aber so ist das nur mal 34 3 und weg hier weg hier weg hier mit der gegnerischen granate noch mal ein gekillt dann immer noch mal neu rpg machen wir noch drei kills haben wir glaube ich 40 kills und unter sechs minuten das ist auch schon mal was alles klar das war dann mal wieder eine schnelle aufnahme 42 3 setzt alles klar haut da rein ja 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 ja